Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Power BI Tutorial. Heute möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr es schafft, dass letztendlich die selbe Farbe für dieselben Daten verwendet wird. Und zwar in allen Elementen, die ihr habt. Wie funktioniert das? Also, zunächst mal der Sachverhalt. Ihr seht ja hier, ich habe hier zwei Elemente. Ich habe hier den Gesamtgewinn, nach Versandmodus und noch ein anderes Element hier. Und das ist gerade auch der Gesamtgewinn, aber das können wir gerade ändern. Dann haben wir wenigstens zwei verschiedene Kennzahlen. Also nehme ich hier einfach mal den Umsatzstatisten. Also, Gesamtumsatz habe ich hier, da ziehe ich den einfach rein und lasse den Gesamtgewinn hier weg. So, also jetzt haben wir zwei Kennzahlen. Einmal dieses Ringdiagramm oder eben dieser Donut Chart und eben dieses Balkendiagramm hier. Wir sehen aber ganz klar, die Farben passen nicht. Also, ich habe hier immer einen Blauton und ich habe hier drei verschiedene Farben. Ja, das ist auch notwendig, um das hier zu unterscheiden, das verstehe ich. Aber für den Endanwender des Reports ist das nicht wirklich schön, weil jetzt würde ich ja das irgendwie assoziieren. Also, ich würde sagen, dieses Blau gehört ja irgendwie dazu. Und das stimmt ja nicht, weil das ist ja nur DHL. Das ist ja nicht UPS und DHL Express. Also, das ist genau das Problem bei so etwas. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt bauen, dass wir dynamisch immer für, in dem Fall den gleichen Versandmodus, dieselbe Farbe bekommen. Und dafür gibt es einen Trick und den möchte ich jetzt mal zeigen. Und zwar, zunächst brauche ich eine neue Tabelle. Und die können wir entweder in Excel beispielsweise bauen und dann importieren. Oder aber, wir gehen hier auf Daten eingeben und dann gehe ich mal hier, Tabelle erstellen, Spalte 1. Und diese Spalte nehme ich einfach hier zum Beispiel Modus. Damit beziehe ich mich auf meinen hier Versandmodus. Und da brauche ich eben genau diese Werte. Also, zum Beispiel DHL und dann UPS und dann DHL Express. Also, ich brauche genau die Namen. Und dann kann ich mir hier eine Farbe definieren. Also, ich gehe jetzt mal Farbe hier rein. Und dann kann ich jetzt hier irgendwelche Werte reinschreiben. Also, wichtig ist natürlich, ich kann, soweit ich weiß, keine deutschen Farben verwenden. Ich müsste englische Farben verwenden. Was ich aber auch verwenden könnte, das wären sogenannte Hexcodes. Also, wenn ihr das kennt, Farben kann man ja in RGB definieren oder eben auch in Hexcodes. Das ist dann immer so ein rautes Symbol. Und dann kommen irgendwelche Zahlen und Buchstaben danach. Kann man ganz leicht online nachschauen. Hat bestimmt auch, wenn ihr in einer Firma seid, entsprechend euer Firma, hat ja auch eine Corporate Identity. Also, eben eigene Firmenfarben. Und die könnte man dann auch ganz einfach in beispielsweise der Marketingabteilung wahrscheinlich oder so nachfragen, wenn man die nicht kennt. Oder die sind im Intranet verfügbar. Zurück zum Sachverhalt. Also, ich brauche jetzt hier Farben. Also, nehme ich einfach zum Beispiel Blue. Und dann nehme ich hier Yellow. Also, für Gelb. Und dann nehme ich hier Green. Ich schreibe einfach jetzt hier die Werte so rein. Da muss ich mir jetzt keine Hexcodes hier raussuchen. Aber ich wollte nur anmerken, die könnt ihr auch verwenden. So, ich schreibe die Farben da rein. Und jetzt haben wir quasi unseren Modus und unsere Farbe. Und das ist jetzt unsere Farbtabelle. Ja, jetzt bin ich mal ganz kreativ und nenne das einfach Farbtabelle. So, jetzt können wir hier auf Laden klicken. So, und dann warten wir kurz, dass diese Tabelle erstellt wird. Und die wird dann auch gleich verfügbar sein. So, wird ins Modell übernommen. So weit, so gut. Und jetzt ist sie auch verfügbar. Und wenn ich jetzt hier mal nachschaue, dann hätte ich hier jetzt eine neue Tabelle. Die nennt sich hier Farbtabelle. Diese Tabelle ist höchstwahrscheinlich noch nicht im Datenmodell integriert, also nicht verknüpft. Das heißt, ich müsste jetzt noch in die Tabelle reingehen, also in die Modellansicht hier. Und dann mal ganz kurz schauen, die ist bei mir wahrscheinlich ganz weit links, rechts, würde ich sagen. Genauso ist es auch. Ich gehe mal ein bisschen raus. Dann ziehe ich mir die erst mal näher an mein Modell hin. Also ich ziehe mal hier rüber. So, mache das wieder ein bisschen kleiner. So, und gehe jetzt hier auf mein eigenes Modell. Das ist das Eigentliche hier. Und da habe ich ja meine Bestellungen hier und meine Farben. Und ich habe mit Absicht ja zusätzlich den Namen, also den Versandmodus hier reingeschrieben, damit ich die beiden Tabellen verknüpfen kann. Heißt also, jetzt schaue ich mal hier runter. Und da ist ja der Versandmodus hier, der Modus hier. Das heißt, ich kann das einfach so verknüpfen. Und das mache ich auch direkt mal hier auf den Versandmodus. So, dann habe ich eine Beziehung zwischen den Tabellen. So, das wollte ich nämlich haben. Und jetzt gehe ich mal zurück in die Berichtsansicht. Und jetzt gehen wir mit der rechten Maustaste auf die Measure-Tabelle. Neues Measure. So, da ist es auch schon. Und jetzt nenne ich das einfach quasi unser Farb-Measure. So, ist gleich. Und jetzt dieses Measure ist nichts anderes als der gefundene Wert aus der Farb-Tabelle. Das heißt, gefundener Wert ist die Lookup-Value-Funktion. Diese hier. So, mal kurz. Das brauchen wir alles nicht. Also, Lookup-Value-Funktion. Und was möchten wir haben? Naja, wir möchten ja die Farbe haben. Also suchen wir einfach mal nach Farbe. Hier. Diese. Und was ist unsere Suchspalte? Die Suchspalte ist der Modus, den wir haben. Also dieser hier. Und wo finden wir den? Naja, in der Bestellungentabelle bei mir. Also, wenn ich hier Bestellungen eingebe, dann finde ich das erstmal nicht. Ich kann die nicht direkt verwenden. Also brauche ich hier noch eine Hilfsfunktion. Und das ist die Selected-Value-Funktion. So, die kann mir nämlich jetzt hier, und ich will das wieder nicht anzeigen. Weg damit. Entsprechend kann mir jetzt hier meinen Modus geben. Also, wenn ich jetzt hier Versandmodus suche. Versandmodus. Dann bekomme ich entsprechend den Versandmodus, die Spalte. Und das kann ich jetzt schließen. Und damit bin ich auch fertig. Also, ich sage hier quasi mit dieser Lookup-Value-Funktion. Gib mir die Farbe zurück. Such in der Spalte Modus. Und den Wert, den du finden sollst. Das ist eben der Wert Versandmodus. Und jetzt, ich gebe mal die Eingabe-Taste zum Bestätigen. Und jetzt haben wir auch dieses Farbmescher hier vorhanden. Und wir bekommen quasi mit dieser Lookup-Funktion. Und suchen wir immer in der jeweiligen Ansicht, beispielsweise hier für den Balken DHL, finden wir dann DHL. Und DHL die zugehörige Farbe. Für OPS suchen wir OPS, finden OPS und bekommen die zugehörige Farbe. Und so weiter. So funktioniert das. Und wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich in den Optionen hier, unter den Balken, finde ich das, die Farbe definieren. Ich kann also hier sagen, eine dynamische Farbe. Dann möchte ich jetzt hier keinen Farbverlauf haben, sondern ich wähle einen Feldwert. Und hier kann ich auf meinen Farbmescher zurückgreifen. Also ich kann mal Farbmescher hier suchen. Da ist es. Jetzt wähle ich das aus. Und klicke mal OK. Und jetzt habe ich hier diese wunderschönen, in Anführungszeichen, also ich würde hier doch andere Farben wählen. Aber ihr seht, jetzt habe ich hier quasi wirklich die Farben definiert für diese verschiedenen Versandmodi. Und falls ihr jetzt sagt, ja, Moment mal, das hat sich ja noch nicht geändert. Da habt ihr recht. Aber ich muss ja nur das hier auswählen, dann einfach Format übertragen klicken. Und dann klicke ich einfach das hier an. Und jetzt habe ich hier direkt die gleichen Farben. Und jetzt seht ihr hier, DHL Express ist hier grün und hier grün. OPS ist hier dieses wunderschöne Gelb. Ich muss lachen, ja. Dieses wunderschöne Gelb hier und dieses Gelb hier. Und das hier, DHL ist halt blau. Also so könnt ihr auf jeden Fall das bestimmen. Und dann auch für alle eure Elemente so übernehmen, wo ihr dann natürlich auch eben diese Spalte Versandmodus verwendet. Ja, weil sonst macht es ja keinen Sinn und würde auch nicht funktionieren mit diesem Format übertragen. Aber genau das ist also der Trick dabei. Ihr könnt eine Farbe definieren in den Einstellungen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr, wie gesagt, eine Corporate Identity habt. Und dann könnt ihr so entsprechend dann auch diese Farben hier direkt übertragen. Und habt ihr dann auch quasi, ja, in jedem Element dann identisch so eben vorhanden. Gut, das war's für diesen Trick. Also ich hoffe, das war interessant. Und was Neues, ihr dürft das gerne mal ausprobieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, Wünsche oder vor allem, wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das erstmal sehr. Dann freue ich mich noch mehr, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und freue mich dann nochmal ein bisschen mehr, wenn ihr den Kanal noch abonniert. Vielen Dank dafür, bleib gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.